Beweise, dass du würdig bist, indem du Mjolnir als Thor aufhebst. Ja Freunde, um diese Herausforderung handelt es sich in diesem Video. Und Freunde, diese Herausforderung ist mega, mega nice, denn mit Mjolnir ist einfach Thor's Hammer gemeint. Und wenn wir den aufheben, dann haben wir Thor's Hammer als Erntewerkzeug, also als Spitzhacke. Und ja Freunde, ich zeige euch jetzt mal, wo sich das hier befindet. Und zwar einfach unter Saulty Springs bei diesem riesigen Krater. Und hier Freunde, sehen wir schon, dass der Button aufheben kommt. Den drücken wir und jetzt Achtung, BAM! Wir haben die Spitzhacke Thor's Hammer. Ultra, ultra, ultra geil Freunde. Wirklich mega, mega, mega nice. Ganz wichtige Herausforderung. Oha, hier will mich jemand schon umfahren. Ich mach mal ganz schnell die Fliege. Oh oh, gar nicht gut. Okay, da bin ich down. Alles klar, das war's komplett. Aber Freunde, wir haben Thor's Hammer als Spitzhacke. Lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Like da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Sehr, sehr gerne abonnieren. Und die Glocke aktivieren. Er hat jetzt auch Thor's Hammer. Also ganz, ganz easy. Wie gesagt Freunde, lasst ein Abo da. Creator Code MegaMeister13. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.